Was ist das? Glaubt ihr die Band ist auch was schalten? Dann geht noch was schalten. DIE! Scheiße! Komm her du blöder Penner! Also irgendwie... Tut mir leid, der Juke geht mir dann echt auf uns an. Der fühlt sich auch noch so geil, ne? Boah, jetzt kann ich ihn töten. Wohne auch nicht. Ey, wie kann ein Einzelner? Das waren jetzt 21 Minuten für eine Mission! Oh Gott! Alter ist das krank, beschissen, dumm, behinder! Abgefuckt! Piggy in the middle. Schweinchen in der Mitte. Ich weiß gar nicht was du machen musst. Das steht jetzt immer hier. Make sure all three pigs are safely returned to the pen and punish the guilty. Destroy all enemies. Muss dann später auch mit Penguin machen, oder? Ja, sogar im Internet steht, Penguin ist das die allerschwerste Mission. Begeben Sie es! Hallo, Kommando! Baue. Eine Buddy. Bitte! Gib mir zurück! Ich muss die Tassen echt mal sehen! Und noch eine Buddy! Pfff! Habebeis! Keine Kisten! Okay... Es könnte interessant werden... ...ich nebenan aber nichts zu tun. Komm her! Oh Gott! Bestimmt sind nicht! Ich brauche ne Waffe! Weg! Oh die Wisse! Hm, die blauen Buddies haben nichts mehr... Low... Es geht auf Titan, ja? Ich weiß aber ich kriege... Keine Ahnung, meine Scheiße schwache. Oh, der braucht immer so lang, so... Ja! Jetzt aber! Okay, okay, okay... Bord einfach mal ein bisschen... Hallo Schweinchen... Könnt man sein... Okay, es ist wirklich... Alle gingen alle jetzt... Okay, pack! Oh nein! Oh mein Gott! Also manchmal fühle ich mich richtig verarscht... Ohne Witz! Geht dich fertig machen, oder? Mhm... Oh mein Gott! Okay, ab zur blauen Base... Wo ist eigentlich mein anderer Body jetzt? Komm, verteidige mich mal! Ja, blaue Base hat auch nichts mehr... Ah! Was machen die denn hier? Oh! Du bist auch... Wenn es doch mal klappt, ne? Ja, und dann weißt du, wie schön es ist, den Nacken zu treffen... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist doch so lange gespielt... Achja... Achja... Das war wieder drin in zwei Sekunden... Ich hab 18 Leben! Mann, es sind kleine Kisten hier! Ach du Scheiße... Ja du... Dreckiges Schwein... Wie kann ich das auffüllen? Was muss ich da mitnehmen? Lauf, 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 lauf! LAUF! Zu meiner Base! Nur mal in drei Minuten hast du dann noch, ne? Oder... Nein, ähm... 3.30... Ab jetzt! Genau! Ey, wann muss das Schwein auffüllen können? Das weiß ich! Mann, nur? Schieben, oder was? Nein! Nein! Ich hasse dich schon mal... Dieser verfickte Kuhstall! Schmeißer! Wo ist der?! Du musst den Kuhstern folgen... Du musst den Kuhstern folgen... Du musst den Kuhstern folgen... Ja, das Schwein ist ein Sturm... Und ich auch! Ja, das Schwein ist ein Sturm... Und ich auch! Ich kann nicht... Kann ich das mal letzte Woche... gespielt! Wieso? Hey, du hast es geschafft! Wieso? Weil ich deine andere Kontrolle hatte! Hast du nur gewöhnt! Ich geb dir Leitkirp für die Ursache... Aber deftig gesehen... Wie viel... Wie regt dich das nochmal auf... Wenn du selber fünfmal spielen musst, oder? Ja, ich krieg dadurch Anfälle! Ich krieg dadurch Leute zurück! Das ist wievielte Mal ist das... Das ist das zweite Mal... Das ist das zweite Mal... In dieser Mission! Das geht auf den Sack! Aber so richtig... Ah, ich bin ready! Ich will die Mission jetzt endlich mal schaffen! Die dummen Arschliche... Hm... Fällt mir schon mal gut an, oder? Ein Buddy... Boah, ich brauche nur zwei Buddies! Das... Hilf mir mal, das Ding zu! Wow, danke! Defend me! Help me, Defend! Mein Turm, mein Turm! Ah... Fällt mir irgendwie nicht so ganz, ne? Ich hab da echt keine Ahnung... Warte, 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 warte... Dank... Das Schweinchen... Aber wo ist dieser Schweinestall? Wo ist in dem... Schweinestall? In dem... Schweinestall... Ne, und du hast jetzt nicht wieder mit, oder? Ne, und du hast jetzt nicht wieder mit, oder? So... Warte mal... Oh jeez... Oh mein Gott... Oh mein Gott... Okay... Mach zu Gelb, Days! Mach mal dieses Ding... Vielleicht doch da ne Megakiste... Ich weiß, dass... Verkirte... Was ist das? Glombia-V-F-Soft... Ja... Okay... Nein! Okay, welche Flamme vielleicht war auf euch die Person nicht schon geworden? Noch ein zweites Mal... Steht... Steht... Alle in der Mitte?! Hä? Dann gehen wir zum Jubeln hin, Mann! Verloren hast... Ich geb dir noch Jubel in den Arsch! Wo du verloren hast... Was? Sieg an das andere LP ge... Äh, man, hast das genauso gemacht... Das genieße ich grad so richtig, ey... Ich könnte gerade runter in die Wand klatschen, ey... Ich bin grad so arg, oh... Okay... Okay... Nochmal andere Taktik... Nö... Ich muss jetzt... Du hast jetzt ein Platz noch recht... Hähähähähähähähähähähähähähäh... Jetzt vielleicht das. Ich glaube, du hast noch eine Gehe-Videe genommen. Nein. Ein Geldgegen?